Tja, wenn ihr gerade wie viele andere auch auf der Suche seid nach einem wirklich guten Kopfhörer-Verstecker, der aber eben noch bezahlbar ist, dann habe ich heute glaube ich zwei für euch. Und natürlich gibt es noch viele andere auf dem Markt, aber tut mir bitte zumindest den einen Gefallen, auch wenn es jetzt elitär klingt, lasst die Finger weg von diesen Gaming-Decks und von diesen Mainstream-Rots. Denn ja, die bieten viele Features und so weiter und so fort, aber es mangelt halt an einem Klang. Also wenn ihr einen wirklich guten, soliden, hochqualitativen Klang haben wollt, dann seid ihr mit einem Stereo-Kopfhörer-Verstecker einfach besser aufgehoben. Ja, besser aufgehoben werdet ihr auch mit den anderen, die ich auch noch hier habe, allerdings Kosten, die das 3- bis 7-fache von den heute hier vorgestellten, sind glaube ich da nicht ganz so interessant für viele von euch. Hätte ich hier einmal die Project Headbox S2, das ist ein rein analoger Kopfhörer-Verstecker für 129 Euro und eben mit integriertem Deck in der Digital-Version für 299 Euro, die S2 digital. Wenn ihr wollt, Links dazu sind in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal bei Audiotrade nach anderen Händlern suchen, eben um einen günstigen Preis zu finden, habe ich das schon mal ein bisschen vorweg genommen. Bei Amazon kriegt ihr die für 127 Euro, spart also nur 2 Euro, aber hier mit 267 dann immerhin doch schon 32 Euro. Schauen wir uns das Ding jetzt mal ein bisschen genauer an, fangen wir mit der Front an. Da gibt es einmal einen An- und Ausschalter, 6,35mm Klinke, 3,5mm Klinke und ein Lautstärkeregelrad. Da hätte ich mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Widerstand gewünscht, einfach dass ich es noch präziser bedienen kann, aber es läuft sehr, sehr leichtgängig, hat kein Spiel und wackelt auch null. Auf der Unterseite gibt es Gummifüße und auf der Rückseite eben nur analoge Ein- und Ausgänge und davon auch jeweils nur einen. Also hier könnt ihr den DAC anschließen oder eben direkt eine analoge Quelle, hier dann ein aktives Paar Lautsprecher und dann gibt es eben noch den 5V Anschluss für das Netzteil, das dabei liegt. Das braucht ihr dann auch, was ihr dann bei dem Digitallicht unbedingt braucht, wenn ihr zumindest den USB-Ausgang nutzt. So, hier hätten wir an der Front nur 6,35mm fehlt, also nicht nur der 3,5mm Klinkeneingang oder Ausgang, sondern leider auch der Ein- und Ausschalter, was ich ganz gern gesehen hätte. Dann könnt ihr durch die Inputs schalten, auch fünf verschiedene Filter nutzen, was eben auch nur der hier hat. Das Lautstärkereglerrad ist im Prinzip das gleiche, auch die Gummifüße, das Chassis auch im Prinzip, denn Project-Typisch sind die so ein bisschen schärfer, aber dafür wirklich sehr solide und hochwertig verarbeitet und eben beide auch sehr, sehr kompakt. Ja, erwähnt habe ich es schon, über USB könnt ihr den auch direkt powern, braucht ihr also das Netzteil gar nicht und das könnt ihr sogar über ein Handy betreiben, also gar kein Problem, das funktioniert. Das Netzteil braucht ihr dann eben allerdings für den Coaxial oder optischen Eingang. Hier gibt es dann allerdings keinen analogen Eingang, wie ihr da schon seht, nur den Ausgang für eben die Lautsprecher. Also wirklich mehr gibt es da nicht mehr zu sagen und deswegen kommen wir jetzt eigentlich schon direkt zur Leistung. Und wenn ich Leistung sage, muss ich einfach eine Sache bei der Leistung oder der Power dieser Verstärker irgendwie erwähnen. Es ist einfach so, aufgrund der Technik, weil der ein analoges Signal bekommt, das wahrscheinlich eben von einem Deck oder so weiterkommt, der meistens auch noch ein Lautstärkeregler hat oder eben eine andere Power hat, könnt ihr mit dem eine höhere Lautstärke erreichen. Also mit dem im Prinzip konnte ich alles betreiben, was ich wollte, selbst bis hin zu einem Hi-Fi Main A, der ja schon wirklich viel Power hat, allerdings auch ein 300 Ohm Sennheiser, 150 Ohm war alles gar kein Problem. Der hat die nötige Power und so wie mir das erklärt wurde, kann es sein, dass wenn ihr ihm zu viel Eingangssignal gibt in den Eingang, dass es zu verzerren oder klippern konnten könnte. Aber ich habe es mit drei verschiedenen Decks probiert, jeweils komplett aufgedreht, gab es da keinerlei Verzerren, keine Unpräzision oder irgendwo was nicht sauber wäre, kein Klippen und so weiter. Also deswegen, das Ding hat die Power für alles und das ist eben leider bei dem hier nicht ganz so vorhanden, denn geht ihr über USB, liegt vielleicht auch daran, weil er USB gepowered ist, auch mit dem Netzteil ändert sich da nichts, auch genauso wenn ihr den optischen Ausgang oder Eingang nutzt, ändert sich da nichts. Der hat für mich eben ein bisschen zu wenig Power, gerade in Anbetracht des Superklangs, um eben alles zu betreiben. Also ich sehe sein Limit so in etwa bei einem Sennheiser HD58X, der 150 Ohm hat, das ging gerade noch, also zumindest für meine Lautstärke, die ich gerne nutze, bei dem 300 Ohm, bei dem HD600, da hat das meiner Meinung nach dann schon nicht gepackt. Aber die gängigen, so zum Beispiel jetzt so gängige 60 Ohm, ob es jetzt auch Planare sind, also ein M1060 von Monolith geht, irgendeine Probleme dehnen, also alles Typische geht. Ich denke mal bei den 250 Ohm, bei Dynamics wird es schon sehr knapp, 600 passt dann schon gar nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade zu sehen. Es ist zwar cool, dass ihr ihn eben direkt über ein Handy betreiben konntet, damit seid ihr sehr portable, flexibel unterwegs, aber ihr habt halt nicht ganz die Power, um den Klang eben auszunutzen, denn der ist bei beiden im Prinzip gleich, also je nach Deck ist der hier natürlich halt eben anders. Aber gerade wenn ich eben von dem hier ausgehe, mit dem integrierten Deck, oder auch eben von dem im Vergleich zu dem Shit Magni 2, den ich auch noch hier habe, muss ich sagen, sind die Amps sehr, sehr clean. Und die sollen ja im Prinzip beide die gleichen sein, von daher werde ich das jetzt als eine Sache beantworten. Aber im Vergleich zu eben dem Shit Magni, also ich habe jetzt nur den Zweier da, der kostet ja in etwa auch so 130 Euro, wenn man den importiert, seid ihr hier mit dem Headbox S2 definitiv sauber aufgehoben. Denn der ganze Ausgang war hier deutlich cleaner, differenzierter, fein aufgelöster, auch deutlich neutraler. Also klanglich ist da ein guter Schritt passiert, der allerdings auch bei dem Magni 3 passiert sein könnte. Das kann ich halt nicht beurteilen, den habe ich selber nicht. Aber im Vergleich zu einem ja gleichpreisigen, den ich eben noch hier hatte, ist die Headbox ja definitiv besser dran. Und bei der Headbox S2, also bei der S2 Digital, habt ihr natürlich noch den Vorteil der fünf verschiedenen Filter. Und da schlage ich euch einfach vor, wenn ihr den habt, probiert sie einfach mal, denn je nach Kopfhörer kann der eine Filter besser passen als der andere oder je nach Geschmack. Also da sind so kleine, feine Unterschiede, die eben bei diesen Filtern da sind. Manche Leute merken die Unterschiede gar nicht, manche ja, aber nach einer Weile verwäscht das alles. Also es ist ganz nett, dass man sie mal hat, man kann es mal probieren, aber generell seid ihr mit dem ersten eigentlich immer auf einer soliden Stufe, da kann man nichts groß machen. Und deswegen komme ich eigentlich schon zum Fazit. Also ich kann beide eigentlich empfehlen, definitiv den S2 Digital für Leute, die eben nichts allzu forderndes planen, auch in Zukunft zu nutzen, denn sonst könnte man ein bisschen ins Limits laufen. Denn die Verstärkung ist absolut sauber, wie schon gesagt, eben hochqualitativ pur. Also wirklich ein schöner, neutraler, klarer, sauberer Klang mit allerdings der Power unten rum und so. Also alles, was ich mit ihm powern konnte, klang absolut top und klang auch klangqualitativ besser als andere, die ich noch sonst da darf. Denn der zum Beispiel kostet ja 300 Euro. Ich habe zum Beispiel noch einen Cambridge Audio Deckmagic Plus da, der hat dann deutlich mehr Ein- und Ausgänge, kostet auch nur 50 Euro mehr, ist allerdings ein größerer Brocken, kommt allerdings nicht an die Auflösung, an diese Klarheit bei dem Klang ran, hat ein bisschen mehr Power. Aber wie schon gesagt, wenn es euch nur mit reinen Klang angeht und ihr habt die Kopfhörerverstärker, die ausreichen hier, dann ist der die bessere Wahl, zumal er dann auch eben kompakter ist. Der S2 selbst, muss ich sagen, ist eine absolute Empfehlung. Also wenn ihr nach einem analogen sucht, sowieso schon ein Deck habt oder analoge Quellen, bietet der eben genug Power für alles. Und das eben hochqualitativ, eben auch die zwei Ausgänge, wenn ihr haben wollt, unten an- und ausschaltet, was ich ganz praktisch fände. Machen sie beide einen absolut top Job. Ich hätte mir halt bei dem einfach nochmal ein bisschen mehr Power gewünscht, wenn eventuell optional das dann eben hätte sein müssen, vielleicht als Netzteil. Denn hätte der die Power des S2-Digital, wäre das für 300 so absolut meine Empfehlung. Wenn ich mir jetzt so die Konkurrenz ansehe, die ich in letzter Zeit so da hatte, in Form eines zum Beispiel Fostex A3 oder A4, die waren selber auch nicht wirklich lauter. Also das heißt, ihr bekommt das. Aber im Vergleich zu dem Fostex finde ich den Klang hier ein bisschen linearer, ein bisschen neutraler. Also gerade im Vergleich zu dem A4er, der ja ein bisschen obrum gepusht ist. Der A3 ist dann wiederum ein bisschen dumpfer mit einem dickeren Grundton. Ist der einfach generell klarer, sauberer. Also man merkt schon, dass das hier wirklich sehr, sehr hohe Priorität hat. Deswegen gibt es halt hier auch keine großartigen Features. Hier gibt es keinen Surround Sound. Hier gibt es kein Lautness, kein wer weiß was. Hier gibt es einfach nur puren Klang und den in bester Qualität und superschön. Und ich habe ja vorhin schon besser erwähnt am Anfang des Videos. Und ich habe hier noch drei verschiedene Kopfhörerverstärker eben im Kreisbereich von so 1000 bis 2000 Euro. Und wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, das, was die minimalst besser klingt, ist nie und nimmer 1000, 1500 Euro oder so mehr wert. Denn ja, mit bestimmten Kopfhörern könnt ihr nochmal so dieses kleine bisschen extra rauskitzeln. Aber wenn ihr eben überlegt, den kauft ihr auch in Anbetracht eines Kopfhörers, den ihr auch kaufen werdet so im Preisbereich von sagen wir mal 1 bis 500 Euro. Und den wird er dann in absolut Top-Qualität betonen. Also auch betreiben, selbst wenn ihr bis 1000 Euro runtergeht. Also ich bin der Meinung, mehr als 300 Euro für so einen guten Kopfhörerverstärker in Verbindung eben mit einem Deck ist nicht wirklich nötig. Denn alles, was man drüber zahlt, ist so marginal, was man an extra Features bekommt, auch teilweise nur oder an minimalst mehr Klang, dass ich so 300, 400 Euro echt als Sweetspot sehe. Es gibt noch Alternativen, zum Beispiel von Topping und so weiter. Zu denen kann ich halt nicht sagen, die habe ich nicht getestet. Aber rein Klangqualitativ, das kann ich definitiv beurteilen, sind die hier absolut Asch drin. Ach ja, eine Sache hätte ich dann doch noch. Allerdings ist es eher ein Vorstellungsrichtung in Richtung Project, wobei ihr mich wie auch den Hersteller gerne wissen lassen könnt, was ihr davon haltet. Wenn ich am Anfang des Videos schon von GamingX rede und euch eben sage, dass ihr diese umgehen sollt, dann muss ich natürlich auch eine Sache erwähnen, die hier fehlt, die aber für jeden Gamer unerlässlich ist. Und das ist eben passend zu dem wirklich guten Kopfhörerausgang, von dem ich weiß, dass immer mehr Leute danach suchen, der passend gute Mikrofoneingang. Und das ist meiner Meinung nach auch für mich ein bisschen unverständlich, so eine Marktlücke, die komplett übersehen wird. Es gibt ein paar wenige, wie zum Beispiel Shit oder auch Mayflower, die das Ganze angegangen sind. Aber im europäischen Markt mit wirklich guter Qualität habe ich das nicht gesehen. Also wenn man hier, würde ich sagen mal, einen ordentlichen Mikrofoneingang für knapp 30 Euro integrieren könnte, dann hätte man hier wirklich was, wo viele Leute danach suchen. Vielleicht wissen es einige noch gar nicht, aber ich würde so ein Produkt definitiv dann ständig lieber empfehlen, wie jetzt irgendwie so Gaming-Decks mit vielen Features und so weiter und so fort. Aber die eben entweder nicht die nötige Power haben oder lauter Gimmicks, die den Klang allerdings eher verschlechtern als verbessern. Oder eben beides. Von daher, ja Project, vielleicht mal auch in die Kommentare sehen, ob die Leute da irgendwas zu sagen. Und dann bin ich echt mal gespannt, denn es gibt irgendwie, aus irgendeinem Grund da nicht genug. Und ich hätte es gern, denn ich habe die Schnauze voll von Gaming-Decks und Leuten, die immer wieder nach sowas fragen, wo ich Probleme habe, das zu empfehlen. Aber eben weiß, dass es keine passend, eben ja nicht allzu teuer eben besseren Alternativen gibt. Ist wie es ist. Okay, bitte, wie gesagt, Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.